Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer SWE-Doku auf den Spuren der Erfurter Rennenten. Nun watscheln die frisch geschlüpften Enten durch urbane Gegenden auf der Suche nach Gewässern. Der Nachwuchs von E. Ente und E. Schwalbe benötigt Wasser, um sich fortzubewegen. Woher diese Mutation stammt, ist unerklärlich, denn beide Entanteile stehen unter Strom. Das Testschwimmen beginnt. Vorsichtig erproben sich die frisch geschlüpften in kleinen Pfützen. Eine der Rennenten wird vom Rest der Gruppe ausgeschlossen. Wir sehen typische Alpha-Kämpfe innerhalb der Entengruppe. Die Ausgeschlossene muss sich erst noch vor ihren Geschwistern beweisen und damit ihren Rang in der Schar sichern. Nach ersten Übungen werden die kleinen Enten mutiger. Sie probieren ihr Können in fließenden Gewässern. Dort lauern einige Gefahren. Und da passiert es. Es nähert sich der ärgste natürliche Feind der kleinen Rennenten, ein wilder Grabscher. Er will eines der Enten aus der Gera fangen, doch der wilde Grabscher wird vom Vater der kleinen Rennenten abgeschreckt. Nach einem kurzen Übungswettstreit beweist sich zunächst das ausgeschlossene Jungtier. Es durchläuft als erstes das Ziel bei einem Wettschwimmen. Der Sieg macht es zur Gewinnerente unter den Geschwistern. Es hebt sein Ansehen im Rudel. Eine anschließende Siegerehrung festigt seinen Stand. Der Vater beobachtet dieses Buhlen um Anerkennung im Hintergrund. Anschließend lobt er seinen Nachwuchs für so viel Wettkampfwillen. Doch nun muss auch der Vater Abschied nehmen. Die kleinen Enten strömen aus. Kleine Hände wählen sich ihre persönliche Gewinnerente aus. Jeder möchte diejenige Ente haben, die als erste das Ziel erreicht. Und denken Sie daran. Rennenten sind schützenswerte Tiere, deren Bestand durch Wettkampfteilnahme zu schützen ist. Helfen auch Sie mit. Um Anerkennung im Hintergrund. Vielen Dank.